Was ist die Firma Trainshot? Was ist Trainshot? Trainshot ist eine Kombination aus einem elektronischen Gerät und speziellen Zielscheiben. Wir haben hier oben die Systemeinheit, das elektronische Gerät und wir haben hier unten dann entsprechend die Zielscheibe. Es gibt unterschiedliche Zielscheiben. Manche sind hier im Schland erlaubt, andere wieder nicht. Wir haben zum Beispiel hier eine A-F-Kreisscheibe, wir haben die IPSC-Scheiben, diese Achtecke sind die glaube ich, und wir haben im Lieferumfang enthalten auch Geiselnehmerscheiben. Diese sind natürlich aufgrund der menschlichen Zivilglouette in Deutschland nicht erlaubt. Zumindest der Besitz ist es erlaubt. Ich darf sie nur nicht auf der Range verwenden. Zusätzlich zu der Systemeinheit benötige ich ein Smartphone oder Tablet, um die App nutzen zu können. Ja, es läuft hier kombiniert mit einer App zusammen. Ganz kurz hier zum Gerät. Wir haben hier vorne eine Hard-Ox-Platte, das heißt sie hält einem direkten Beschuss sogar stand. Man kann diese Hard-Ox-Platte auch nachbestellen im Zubehörladen von der Firma Trainshot. Und wir haben hier oben dann noch den Bluetooth-Empfänger und hinten drin selbstredend die Elektronik. Auf einem normalen Skistand, ich glaube es geht bis 25-30 Fuß, also Pi mal Daumen 25 Meter, dürfte das in etwa sein, sollte die Reichweite der Bluetooth-Einheit funktionieren. Ich werde es am Sonntag auf kürzere Distanz, also ich sage mal so 7 bis maximal 10 Meter testen und dann werden wir sehen, wie da der Empfang tatsächlich ist. Dieses System hat in der Zielscheibe selber eine Metallfolie drin. Diese Metallfolie wird durch die Perforierung im elektrischen Widerstand oder wie auch immer unterbrochen und das System erkennt, welche dieser Ziele getroffen wurde und zeigt diese Treffer in der App dann an. Die Nutzung scheint also denkbar einfach. Wir schalten hinten das Gerät an, da ist ein kleiner Druckknopf. Wo ist er? So, wir sehen, die Lämpchen fangen an so ein bisschen zu blinken. Wenn sie in dem Status dieses leichten Flimmerns sind, dann sind sie quasi im Empfangsmodus. Ich starte die Smartphone-App, ich habe da auch ein paar Screenshots gemacht und verbinde die Einheit mit der App. Nun habe ich unterschiedliche Trainingsmodus, die ich auswählen kann. Ich habe ein einfaches, nur ein freies Schießen. Wenn ich da mal draufgehe, dann bildet er auch die entsprechende Zielscheibe ab, die ich verwende. Wir haben im unteren Bereich der Zielscheibe einen QR-Code, über den wir dann die entsprechende Zielscheibe hier mit einscannen können, die verwendet wird. Ziemlich cool. Dann gehe ich hier unten einfach auf Weiter und dann kann ich sagen, was für ein Training ich verwenden möchte. Möchte ich ein Reaktionstraining machen, möchte ich ein Stealth-Training machen. Stealth-Training, keine Ahnung, nehmen wir einfach mal drauf, spaßeshalber, was er mir dann sagt. Jetzt sehen wir, die Lämpchen gehen auf blau und dann sage ich Start. Und jetzt kann ich letzten Endes da hinschießen, wo ich hinschießen möchte. Das heißt, im Stealth-Mode gibt mir die App nicht das Ziel vor. Wenn ich jetzt in einen anderen Modus gehen möchte, ich nehme jetzt zum Beispiel Reaction und sage Multizone, gehe dann wieder auf Next, dann starten wir das Ganze. Und er zeigt mir dann hier unten an, welche der Scheiben ich, oder welche der Spiegel ich beschießen soll. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, tatsächlich ein Reaktionstraining zu machen, was insbesondere für die IPSC-Schützen sinnvoll sein kann. Das kann aber auch für Behörden interessant sein, um, sage ich mal, diesen überraschenden Reaktionseffekt, Stresseffekt hervorzurufen. Wir haben hier weitere Trainings-Modis. Es gibt also dann nochmal extra tatsächliche Trainings, wie jetzt zum Beispiel ein A- bis E-Drill. Das heißt, da werden die einzelnen Scheiben, die einzelnen Zielbereiche werden abgerufen. Wir haben auch, was ich ziemlich cool finde, und das werde ich, glaube ich, auch mal testen, aber nicht unbedingt jetzt am Sonntag, gibt es ein Drawer-Drill. Das heißt, die Waffe ist tatsächlich geladen. Und dann gibt es das Kommando, Waffe wird gezogen und sofort der Schuss abgegeben. Und er zeigt mir aber auch an, wohin ich schießen soll. Das heißt, hier wird tatsächlich simuliert, ich habe 5 oder 10 Schuss im Tank. Ich lade die Waffe durch, holstere sie. Ich bekomme das Kommando, die Waffe wird gezogen, bam, 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 oder zweimal hier, zweimal hier, zweimal hier, zweimal hier. Das kann man sich, denke ich, mal da aussuchen. Es gibt ein Random Zone Drill. Das heißt, das System entscheidet per Zufallsverfahren, wann ich welchen der Ziele beschießen soll. Alles in allem, muss ich sagen, vom Umfang her, macht dieses System einen ziemlich coolen Eindruck. Wermutstropfen, ein ganz klein wenig, ist halt, es funktioniert nur mit den speziellen Trainshot-Scheiben. Die muss man sich halt dort nachbestellen. Die gibt es im 10er-Paket, können aber je nach Munition, die verwendet wird, 70 bis 100 Mal wohl beschossen werden. Ist also schon ziemlich enorm und wird wohl einen ziemlich guten Trainingseffekt mit sich bringen, dieses System. Wir werden es sehen im Verlauf des Testszenarios, was ich machen werde. Dieses System ist das Einsteiger-System, das ist das Starter-Kit und liegt preislich, sehr interessant finde ich, bei 249 Euro. Es gibt zwei weitere Kits, die seht ihr jetzt. Wie gesagt, es gibt das Starter-Kit, es gibt ein Range-Kit, da habe ich dann die Systemeinheit. Dort wird dann auf der Rückseite, wo die Scheibe montiert wird, wird ein Modul montiert mit einem Kabel, wo ich dann nochmal eine neue Hard-Docs-Platte habe, um eben die Systemeinheit ein bisschen zu schützen und kann das dann höher gelegen haben als die Scheibe selber. Und es gibt ein Long-Range-Kit, wo ich dann auch mit einem Range-Extender für das Bluetooth beliefert werde, dass ich also tatsächlich auch die lange Distanz zurücklegen kann. Wie praktikabel jetzt letzten Endes die App sein wird, in dem Moment zum Beispiel auch die Ansage der Kommandos, wo soll ich denn hinschießen, weil ich finde es jetzt ein bisschen uncool, wenn ich entweder die ganze Zeit mit dem Handy da stehen muss und ein Handy schieße. Das wäre ein bisschen unglücklich. Das werde ich aber dann tatsächlich am Sonntag dann sehen, wenn ich das System mal teste und was ich hier innerhalb der Einstellung so alles einstellen werde. In diesem Sinn, das ist das Trainshot-Trainingssystem, hergestellt und vertrieben über die Slowakei. Also gar nicht mal so weit weg von uns hier in Deutschland. Also es gibt auch Sachen, die hier aus unserem Bereich, Leute, bekommen und ziemlich cool sind. Und ich denke mal für 249 Euro, dafür, dass ich hier ein quasi schusssicheres System habe, bei dem ich alle Bauteile austauschen kann, wenn sie mal kaputt gehen, zum Beispiel ein direkter Treffer oben auf den Bluetooth-Empfänger oder so. Das könnte natürlich blöd sein, wenn ich dann die komplette Einheit tauschen müsste für 250 Euro. Nein, ich kann die Bauteile nachkaufen und kann sie dann einfach austauschen. Munitionstechnisch gibt der Hersteller vor, also Trainshot, nur Metallmunition, sprich 9mm, 45 etc. Und Kleinkaliber-Munition wird auch genommen, aber nur mit einer Erkennungsrate von ca. 85% bei der Kleinkaliber. Bei allen anderen Vollmantelgeschossen liegen wir bei 99% Erkennungsrate. Ich bin gespannt und wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag wieder, wenn ich das Ding auf der Range teste. In diesem Sinn, das ist das Trainshot-System. Ziemlich geile Geschichte. Ziemlich geile Geschichte.